Polish Beer Friday und es gibt ein Sauerbier mit Ananas und Drachenfrucht. Welche Brauereien sowas zusammenbrauen, wer dieses Kunstwerk gemacht hat, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Polish Beer Friday, dem Tag der Woche hier am Kanal, wo es um polnisches Bier geht. Ich habe ja vor einiger Zeit meine Liebe zu polnischen Brauereien und polnischem Bier entdeckt und habe mir gedacht, es ist wert, dass ein Tag der Woche hier bei mir am Kanal reserviert ist und ich da immer ein Bier aus diesem Nachbarland vorstelle. Ich werde immer wieder gefragt, was sind denn so deine Favoriten Brauereien? Und das kann ich eigentlich im Augenblick gar nicht sagen. Es gibt Brauereien, mit denen mich einfach inzwischen auch sowas wie Freundschaft verbindet und eine dieser Brauereien kommt heute auf den Kanal. Es ist Browast du Mosto aus Breslau. Liegt einfach daran, super nette Leute und ja, ich bin einfach irgendwie mit denen ständig in Kontakt und wir tauschen uns aus, die reisen auch gerne. Wir haben viele Gemeinsamkeiten und da ist wie gesagt so ein bisschen was wie Freundschaft auch inzwischen entstanden und das ist auch eine der Brauereien, die mittlerweile über die Landesgrenzen von Polen hinaus nicht nur ihr eigenes Bier, sondern mittlerweile auch andere Biere verschicken. Pivni Mosto, der Shop, der jetzt gerade gestartet wurde, das Ganze noch auf Polnisch. Es gibt die Möglichkeit, die Seite auf Deutsch bzw. Englisch zu übersetzen und dann klappt das mit dem Bestellen auch wirklich hervorragend. Hervorragend, muss ich sagen, tolle Bierauswahl, tolle Biere und eine der wenigen Möglichkeiten, um nicht zu sagen die zweite, die eben polnischen Bierversand macht. Wenn ihr jetzt Glück habt, in Österreich zu wohnen, dann schaut mal bei den Bierlovers vorbei. Auch die haben die Biere von Browast du Mosto. Und ich habe heute das Art 36, das Pastry Sour mit Ananas und Drachenfrucht. Und Drachenfrucht, für die, die es nicht wissen, das ist diese Frucht, die so weiß innen drin ist, aus dem Pink bzw. so ein pinkes Fleisch hat und diese ganz feinen schwarzen Punkte drin. Gebraut und das wisst ihr ja auch, wenn ihr dem Kanal schon länger folgt und die Browast du Mosto Art Biere kennt. Art 36 ist dieses Bier. Das sind die Biere, wo sie mit anderen Brauereien zusammenbrauen und das ist Baskenland Brewing in diesem Fall aus dem Baskenland in Katalonien. Oder? Passt das? Ist das Katalonien? Ich glaube ja, wenn nicht, dann haut mich dafür. Als Spanier darf man dann ja nicht sagen. 6,0 Volumenprozent Alkohol, 8 Bittereinheiten, also das geht wirklich sehr gemächlich daher. Gerstenmalz, Weizen und Haferflocken sind mit drin. Simcoe und Chinook, die beiden Hopfensorten. Und das Ganze gebraut mit einem eigenen Hefestamm. Ich muss da tatsächlich mal nachfragen. Das habe ich eben kurz vor dem Video noch in der Recherche rausgefunden. Offensichtlich hat man da eine eigene Hefe für Sauerbiere gezüchtet und das interessiert mich dann ja auch. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Dass Drachenfrucht und Ananas mit drin ist, brauche ich hoffentlich nicht extra zu erwähnen. Lactobacillus auch. Und ein bisschen Vanille hat noch den Weg in die Dose bzw. den Kessel gefunden. Und wir haben ja eigentlich fast zu erwarten ein, was ist denn das? So eine Mischung aus Orange und Pink. Eine eher undefinierbare Farbe. Der Schaum auch der leichte pinker Einschlag. Toll stabil. Das ist fast ein Novum für mich bei Sauerbiere. Da hat man ja selten so stabilen Schaum. Haftet auch schön am Glas. Sehr fein und cremig. Nicht zu kompakt. Oh, das beißt sich jetzt mit meinem Pullover. Ich muss das, glaube ich, mal so halten, dass ihr das auch seht. Nicht, dass der Pullover da durchscheint. Oder so gegen meinen Kopf. Aber es ist echt eine lustige Farbe. So ein bisschen Orange, ein bisschen Pink. So. Uh. Das riecht erst mal nach Sauerbier. Fruchtig. Kräftig Drachenfrucht drin. Ananas auch natürlich. Aber, und das hat man ja, finde ich, viel zu selten, dass man so diese Pastry-Noten mit drin hat. Und hier, das riecht so ein bisschen nach so Strudelteig. Sehr schön. Yes. Da macht es jetzt Spaß, da ein bisschen reinzutauchen. In diesem Sinne. Cheers. Ja. Das setzt sich auch im Trunk fort. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, hm. Manchmal steht Pastry drauf, aber man schmeckt das nicht so. Da ist es drin. Es ist relativ süß. Auch das merkt man. Kräftig fruchtig. Die Süße finde ich intensiv. Ähm, geht so ein bisschen auch in die Richtung, hm. Ja, es ist schon, schon heftig. Also es ist ein bisschen Richtung Süßigkeiten. Aber was mir jetzt gefällt ist, auch da wieder so diese teigige, strudelige Gebäcknote mit drin. Äh, hopfen natürlich, Fehlanzeige. Ähm, das spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Eine leichte Säure, das ist gar nicht zu sauer. Äh. Hat so einen, so einen leichten Film, der sich dann auf die, auf die Zunge legt. Und, ähm, es bleibt tatsächlich diese, diese unterschwellige Strudellote. Das ist echt lustig. Aber, ähm, gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Hat einen schönen mittleren Körper. Ähm, mittlere Kohlensäure. Leicht cremige Textur. Ähm, ansonsten sehr, sehr erfrischend. Läuft wirklich gut. Wie gesagt, wir haben sechs Volumenprozent Alkohol. Das merkt man nicht. Und hinten im Nachtraum bleibt es fruchtig, sauer. Aber eben nur so eine leichte Säure. Und es hat eben nach wie vor diese Pastry-Strudel-Noten. Ich nenne es jetzt einfach mal so bei dem Bier, weil es mir jetzt nichts Besseres dazu einfällt. Ähm, und klingt damit herrlich erfrischend. Und, ähm, säuerlich lustig aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein, ein Sommerbier, was auch im Herbst funktioniert. Vielleicht gerade wegen diesen, äh, Pastry-Einflüssen. Ähm, aber in jedem Fall ein wirklich grandioses Bier. Von dem es mich gerade ärgert, dass ich nur eine Dose bestellt habe. Weil ich glaube, ähm, da könnte mein Kühlschrank auch noch zwei oder drei mehr von vertragen. Für das, wo haben wir es denn? Pastry-Sour Ananas Dragon Fruit Art 36 von Provosto Mosto und Baskenland Brewing. Gibt es von ProbierTV 4,5 Punkte für das Pastry-Sour Art 36 Stumosto und Baskenland Brewing. Wenn ihr dieses Bier kennt, ähm, beziehungsweise andere, das wird, ja, das würde mich fast noch mehr interessieren, ähm, andere Pastry-Sours, die wirklich so richtig Pastry, ähm, sind und wo es nicht nur draufsteht, sondern es wirklich auch so eine richtig kräftige, ähm, Gebäcknote mit drin ist, so eine Teilchennote. Dann würde es mich freuen, wenn ihr mir das mal irgendwo unter das Video schreibt. Und, äh, wenn ihr das Bier selber haben wollt, wie gesagt, ähm, bei Piveni Mosto in Polen direkt bestellen. Da kann man jede Menge andere Sachen noch bestellen. Und in Österreich gibt es auch bei den Bierlavers. Weil ihr mich immer fragt, wo ich meine Biere herbekomme, werde ich ab sofort mit Ihnen die Videos mit einbauen. Ich sage an der Stelle, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder beim Supermarkt Samstag mit dabei seid. Bis dann. Tschüss, Baba. Servus, Prost und Ahoi. Cheers. Tschüss.